Heute machen wir das Unmögliche möglich. Wir holen bei Tinder die Nummer nach nur zwei Nachrichten. Glaubst du nicht? Dann bleib dran! Hey, wir haben ein Match. Ich vermute, wir müssen jetzt heiraten. Ich könnte zwischen 9 und 10. Schaffst du das? Abgemacht. Ja, alles klar. Habe heute eine Grillparty. Können wir direkt verbinden. Also wenn Bratwurst anstatt Buffet und Bier anstatt Sekt okay für dich ist. Wie wäre denn mein Nachname? Muss ja sehen, ob er zu mir passt. Oder Doppelname? Cleveres Mädchen. Sich direkt den Nachnamen zu holen. Du wirst mit B anfangen. Mehr verrate ich dir nur bei einem Gläschen Wein. So, deine zukünftige geht nun auf die Grillparty schon mal vor. Da ich nicht wirklich mega Tinder aktiv bin und ja jetzt meine zukünftigen schon habe, bin ich nur via Tablet und Home-WLAN erreichbar. Und weil ich das Wochenende nicht zu Hause bin, bin ich bis Sonntag raus. So, da du der Erste bist, der bis jetzt die sympathischste Nachricht gesendet hat, gebe ich dir jetzt schon, das ist wirklich Primäre, meine Nummer. Entweder du schreibst mir oder du ignorierst sie einfach. Okay, einverstanden. Schön, dass du Weintrinker bist. Wovon ich jetzt mal ausgehe. Och Mensch. 0 1... Bis dann. Okay, kurze Analyse. Wie man sieht, die Frau war einfach on. Das heißt, sie war von der ersten Sekunde an interessiert. Hey, also klar, sowas ist ein Glücksfall. Das passiert nicht immer. Aber du siehst, es ist möglich. Man muss sich nicht tottexten. In der zweiten Nachricht hätte ich auch auf ihre langweilige Grillparty eingehen können, hab aber das für mich Interessante rausgezogen. Nämlich die Sache mit dem Nachnamen. Und da so ein Nachname etwas Persönliches ist, ist es auch legitim, dass ich nicht irgendwem Wildfremdes die Möglichkeit gebe, mich zu stalken. Also nehme ich das zum Anlass, nicht sofort nach ihrer Nase zu tanzen, mach sie neugierig und schlag ein Date vor. So kannst du nämlich aussortieren und nur die Frauen in dein Leben ziehen, die zu dir passen. Das spart viel unnötige Zeit. Das war mal wirklich eine sehr schnelle Nummer. Wenn du noch mehr solcher Chats sehen willst, von LaVue und Tinder, vom Anschreiben bis zum Date, dann check die Videos rechts aus und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.